hans peter wollte damals was von lisa und ach das war es der hat eine brinke brille auf auf jeden fall aber dann hat dies was von einem 30 aktion gemacht und ist rüber zu pd und hat alles einfach dumm rumletziert und ist abgehauen von heute auf morgen und danach kam ein andere blondes flittchen also die kira die schätze nicht wichtig aber trotzdem haben auch noch kaum auf zu finden ja gut wie gesagt aber trotzdem hans peter oder willi was sehen